Hallo, Jan. Ja? Ja, okay. Ja? Hoi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT zusammen mit Lukas, Sepp, Jan, Tobi und Bär. Jan ist es. Alter, ich habe ein F2000 gefunden. Wir standen im Stand auf. Er hat begonnen zu schießen und hat verkackt. Ja, süß, ne? Alter, ein F2000, da renne ich immer mit Cro-Bar rum. Ja. Willkommen. Und alle sind wieder gut drauf. Ja. Absolut. What the fuck ist das? Und jetzt werden die Maps auch mal kleiner. Der Raum bestört. Wir alle sind drauf. Die ersten waren ja zum Glück nicht klein. Hi Lukas. Sepp. Lukas. Tobi, Tobi, Tobi. 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 Nein! Nicht! Okay, da ist einer runtergefallen. Nee, aber dann nicht ernsthaft jetzt. Und ich glaube, es war Bär. Okay, man sieht nichts. Nennt man das so schön Kolateralschein? Er hat wieder gebärt. Oh! Ähm, das ist jetzt schlecht. Was denn? Oh, hi, Michael. Sepp, moin. Hi, Tobi. Lukas. Oh, hi. Lass mich nicht weggehen, ja. Ähm, ich lauf mal in die Richtung, dann kannst du in die andere Richtung. In welcher Richtung läufst du jetzt? Ich lauf jetzt Treppe hoch. Ja, okay. Treppe hoch. Ich bin bereit rauszufinden, was passiert, wenn ich ins Loch springe, aber nein. Muss nicht. Du bist noch so jung. 24? Really? Oh, ich hab mich geschossen. Von wem ist die Frage? Einer von den beiden lebt doch nicht mehr. Ja, ich habe geguckt, weil hier sieht etwas sehr, sehr komisch aus. Ich werde es nicht ausprobieren. Michael noch am Leben? Ja. Okay. Äh, ich hab Bär gefunden. Ist er runtergefallen? Nein. Bord is will teleport into this bin if they fall. Ja, ja, ist runtergefallen. Ja, miese Brise, ne? Oh, ich hab das Sach gefunden. Moin, sep. Ich schieß noch, bitte. Danke. Okay. Hi, okay. Detective. Wie kann man denn hier sterben? Nee, äh, lies mal, da steht dran, äh, Bodies will be teleported there if they fall. Also er ist runtergefallen. Ah, okay. Alles klar, verstehe. Wow. Bab, ich hab Angst vor dir. Schön, ich hab einen Tretter gekillt. Ach, ja, stimmt. Sorry, Alter. Bei der Lampe kann man nicht kaputt machen. Kann man hier rüberlaufen? Nichts hören bekommt. Wer ist denn da? Hey, Tobi, ich bin's. Keine Angst. Keine Angst. Hab ich jetzt recht Angst. Wer bist du da drüben auf dem Dach? Ich bin noch da auf dem Dach, ja. Ja, dann werf ich die Insta mal einfach hin, Boyd. Ich hab sie gehört. Irgendwie hab ich das Gefühl, es ist Lukas. Aber ich habe keinen wirklichen Grund dafür. Das ist eine Smoke. Keine Angst. Du hast auch keinen Beweis dafür. Das ist so eine Smoke. Ich hab mich gerade eingesmokt, Mann. Ich hab dir nichts getan, Digga. Weiß nicht, wer das war. Hi. Lukas. Das ist Tobi. Wo bist du? Immer noch oben. Also. Ich hab ein bisschen Disco. Mein Sohn. Ich hau ab. Aber nicht zu dir rüber. Ich bin ja kein Assi. Das ist jetzt Definitionssache. Werf nur Smokes zu dir rüber. Du läufst dir die ganze Zeit in den Kreis auf. Ja, ich hab gerade eh. Ich hab gerade einen dummen Tausch gemacht. Ich wollte nur gucken, ob man darüber auch drüberkommt. Ich komm die Leiter nicht runter. Weil meine Schott kann. Lukas. Hilfe. Du bist ein Star. Scheiße. Warte mal, warte mal. Michael, wie geht's dir so? Warte. Oh. Wer bist du immer da drüben? Äh, Michael, ist es. Michael, ist es. Lüge. Ah. Ich mach mal kurz den Speedjob machen. Ich hab nur eine Schrotplinte. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Was ist jetzt passiert? Nix. Alles gut. Glaube ich dir nicht. Ach doch, alles gut. Ich oben. Moment, das ist mir jetzt so ein großes Risiko. Ach, der arme Sepp. Kann auch nichts dafür. Gut, ein bisschen. Alter. 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 Was passiert? Alter. 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 Oh man. Ich dachte, das wäre es gewesen. Alter Schwede. 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 Sag nicht, du hast Bär auch dazu überredet runterzufallen. Das wäre assi. Digga. Fann hier halt durch. Oh, Junge. Ja. Oh Gott! Dörb doch! Boah, ich hab nichts geglaubt. Alter! Michael? Haben alle Sniper bei dir gesehen? Nein. Ganz sicher? Ja. Alter, das war der Schreck meines Lebens, ey. Leute! Nake, niemals mit Michael an der Tür stecken bleiben. Das Ende ist tödlich. Ja, aber ich hätte dich nicht getötet, wenn ich Inno gewesen wäre. Boah, war das close, ey. Ich war auch Inno, aber... Vor allem auch. Auch. Ja, auch. Ich hab ne Disco geworfen. Und hab nicht mehr drüber nachgedacht und bin irgendwo nach oben auf dem Dach rumgeworfen. Und dann fliege ich durch die Luft und bin wirklich auf dem letzten Millimeter des Daches noch hängen geblieben. Oh, wow, Alter. Ey, ich bin hier ohne Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich auch nicht. Waffe! Ey, wieso muss ich denn immer auf diesem Scheiß Dach spawnen, ey? Ich hab keine Waffe aufgenommen. Sepp? Ja? Hallo? Ich hab wohl eine Waffe aufgenommen. Immer noch keine Waffe. Ja, hallo Sepp. Ja, was... Jan? Bei Sepp? Bei Sepp? Bei Sepp? Könnt ich jetzt mal ne Waffe finden? Au! Ey! Oh mein Gott, ich bin du! Wer hat auf dich geschossen? Das Bär. Das Tobi. Ich weiß nicht! Ja, sicher? Wie schießt auf mich? Ja, Alter, ich wurde von hinten angeschossen und du hockst da rum, Alter. Ich war vor dir! Wieso ich dich hinten rum anschießen? Oh! Man, huge! Wir lernen nach oben oder nach oben? Los! Ja, Schläger hier wer oder weiter! So, wir machen jetzt... Alter! Wieso ist der Halb tot? Ja! War ein bisschen verständlich! Wir fahren zu dem Zuhörklub! Ich wurde von hinten angeschossen, ich geh in die Richtung und was ist? Dann treffe ich Zero! Also, was mach ich? Ich schieß auf dich! Das ist jetzt Michael mit ner Sniper, ich hab Angst. Ja, ich hab nix anderes gefunden! Es tut mir leid! Gehen, wie licht ne Schrotze! Ja, das könnte meine sein! Jan? Hm, Tobi? Jan? Tobi? Jan? Tobi! Oh, ich seh einen Kreislauf! Lust auf Spaß und Spannung, Jan? Oh! Nein! Jan, wo bist du? Hast du Lust auf Spaß und Spannung? Nee, nee, nee! Okay, jetzt zieh ich weiter! Ich hab mal das Dach gewechselt! Ich bin aber weg! Dann bleib ich einem bei dir drüben hin! Jetzt bin ich wieder hier! Und jetzt bin ich hier unten! Was soll ich? Was ist das? Du willst, dass ich eine Disco bei dir hinwerfe? Okay! Ja, mach doch! Oh, ich hab dich getroffen! Ja, ich wollte nur sagen, ich bin doch gar nicht mehr da, ne? Ja, ich hab's gemerkt! Warum spricht eigentlich keiner mehr? Hallo? Hallo, Jan! Hallo, Jan! Das war, glaub ich, ein Fall! Was ist denn jetzt passiert? Ja! Moin! Au! Au! Dann... Anstatt Au lieber den Namen des... Ich will das sagen! Es war Au! Ich glaub Au! Au ist es... Äh... Ja, scheiße! Also muss ich hier irgendwo... Au! Vielleicht bist du auch Au! Okay, vielleicht weil ich... Keine Ahnung! Doch, du weißt es! Du willst es nämlich sagen! Hö! Was ist das? Liked Sim's Map? Also, das sind eigentlich berühmte letzte Worte übrigens! Hö! Was ist das? Natürlich! Aber diesmal nicht! Lebt nur noch hierbei, ne? Ich weiß ja, wer es ist! Ja, oder? Lukas war's! Lukas hab ich doch confirmed, Alter! Ah! Ich weiß... Nur der einzige fraglich ist der... Aber damit hast du dich erst... Wer ist Drunk? Ich hab keine Ahnung! Drunk, Alter! Sie ist einfach mal... Das kommt davon, wenn man einen Surfer nicht Passwort kontaktet... Ah, hi Tobi! Der gute Drunk, Alter! Moin! Hör auf auf mich zu ballern! Der gute Drunk! Ballast du eigentlich gerade auf mich? Natürlich, du bist es doch! Nein! Beweis es mir! Oh! Ich hätte dich auch schon abgeballert, wenn ich's wär... Wer soll's sonst sein? Ich weiß, dass ich es nicht bin! Du, ich glaub einfach hier auf meiner Seite! Ne, du gehst einfach wieder runter, würd ich sagen! Okay, können wir auch spielen! Aua! Ich war's nicht! Das hab ich gesehen! Und bei dir auf dem Dach muss dann einer sein! Und da du ihn protectest, bist du es auch! Ach, fick dich! Wo saßt du? Ich bin direkt neben Sepp! Ich bin direkt neben Sepp! Alter, ich hatte einen Leck bekommen! Und zack, hatte ich den Salat! Durch das Licht kann man einfach nie sehen! Sepp, ich kann nicht Sepp rufen, wenn ich nicht sehe, wer mich tötet! Dann lautet die Antwort, au 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 au! Außer ich sehe, wer es ist! Dann lautet die Antwort, Sepp, du kleiner Verräter! Ey, ich bin so kurz vor Tod! Unabhängig davon, wer es am Ende war! Ey, ich war so kurz vor Tod, ne! Ohne Witz! Ich hab mich davon eigentlich abgehalten! Ey, aber Sepp, wir haben eine Runde gewonnen zusammen! Geht los! Warte, du hast... Ne, warte, wen hast du gemacht? Jan! 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 Also, wer ist das leichteste Opfer hier in der Runde eigentlich? Jan! Lukas! Wow! Also, danke Lukas, dass du mich abgelöst hast! Ja, eigentlich ist es ja Sepp, aber Sepp kann mittlerweile was! Nein! Oh, mein Bär! Der ist grad runtergefallen! Ja! Stark, Sepp, stark! Gutes Timing! Du sagst! Aber Sepp kann wieder meiner was! Ich seh mich grad nach unten segeln! Nein! Oh, Mann! Oh, Mann! Hallo! Tobi? Moin! Okay, Bär und Tobi sind's nicht! Die hätten mich abballern können! Beide! Okay, also Tobi ist mit mir hier oben! Ja, du müsstest ja nach Ausschluss und Adam Ries sein! Bär? Michael, Jan und... oder Lukas sein! Äh... Vertrau Bär nicht, der sagt vor allem nix! Lotto! Bär red mit uns! Ach, da unten ist nenn Michael! Jo, moin! Da ist nenn Michael! Da ist nenn Michael! Einen? Einen! Einen! Das Michael! Wow! Ich bin gut, das einfach! Bep! Bep! Ja! Stannst du mir grad so in meinem Rücken! Das gefällt mir nicht! Ich wambo! Immer noch, ich vertraue dir gerade! Sepp kannst du zur Zeit Bär auf Robark halt machen! Solange du nicht auf... Solange du nicht auf mich ballerst, baller ich nicht zurück! Also, also, also das gilt immer bei dir, oder wie? Ja, außer vorhin, da hast du auch vorhin auf mich geschossen! Ja! Naja! Missverständnis halt, ne? Ja, das war Missverständnis! Okay, das könnte Michael sein! Michael sitzt schon wieder auf seinem Sniper Spot! Äh... Ich häng auf der Leiter! Naja! Was ist los? Ich häng auf der Leiter! Jan! Ja, gehst du hoch oder runter? So! Ja! Jan! Ja! Ich hätt' dich gerade abballern können, ne? Ja, was? Wieso? Ich stand direkt neben dir! Ja! Mit Shotgun! Ja, das ist schön! Danke, dass du's nicht getan hast! Hier unten! Da! Da! Ist ein Wohltäter! Oh! Also, ich bin ziemlich in Not! Das haben wir jetzt, glaub ich, mittlerweile klassifiziert! Tobi? Ich weiß, dass ich zum Kreis der Verdeckung bin! Was machst du hinter mir her?! Hä? Was? Also, ich weiß, ich geh zum Kreis der Verträger! Ich bin auch ein Depp! Aber ich bin mit Seranus und jetzt mit Michael in einem Raum gewesen, ich hab beide nicht gekillt, also... Ja, okay! Das heißt aber nix! Ja, das heißt jetzt aber mal! Oh! Ja, gleich Michael kalt! Wer schockst du gerade? Ich könnte so kratzen! Wo ist denn Michael? Ja! Ich glaube, Lukas ist tot und es ist Jan oder Michael! Also... Nee, da unten! Wer steht da unten? Michael! Also, ich war auch unten übrigens! Bär gerade gestorben! Komm aber wieder hoch! Was ist los? Ja, Bär ist gerade gestorben! Dann ist es wahrscheinlich Michael! Ey, wieso?! Weil er deinen Namen gewollt hat, bevor er gestorben ist! Tobi?! Ich hab nichts gemacht! Ja! Dann geh mal da links die Leiche konfirmen! Äh, äh, äh... Hier? Da? Ja! Also rechts aus deiner Sicht! Oh! Mit was von der Waffe wurde der getötet? Äh... Pst, äh... Bleibt er nicht zu lange stehen! Äh... Wo finde ich denn das nochmal? Warte! Äh... Gewehr benutzt! Gewehr benutzt wurde... Ich muss jetzt hier mal kurz in Scherf! Aha! Da kam Schuss! Also wie es auch immer es ist, der steht auf der anderen Seite des Dachs! Okay! Und was ist die andere Seite des Dachs? Die wohl nicht ich bin! Okay, gut! Äh... Also, also... Ich vermute jetzt mal, es ist Michael! Also, ist es Tobi hier? Dann ist es... Äh, ey! Sepp! Oh, Scheiße! Warum schießt du auf mich?! Der hat auf mich geschossen, der Wichser! Jan, mach es! Ich hab deinen Namen nicht gesehen! Ich hab deinen Namen nicht gesehen! Jan, mach es! Jan, mach es! Alter! Ich hab deinen Namen nicht gesehen, Tobi, deswegen hab ich auf dich geballert! Oh, Mann! Alter! Weißt du, der hat natürlich so viel Leben, so wenig Leben, dass ich den direkt kille! Ach, das war ehrlich! Let's go, Junge! Ich glaub, ich hab dir sogar nen Headshot gedrückt, im Drehen, mit der Diegel! Ah! Ich hab Bär den cleansten Headshot der Welt verpasst, Alter! Danke! Boah, ich könnt reiern, Alter! Bist du schon wieder runtergefallen? Ja! Lack gehabt! Ich hab mal Punkte, aber das war auch nur dank Michael! Leute, auf diesen Stahlträger hier springen wir auf dem Dach! Lack gehabt und abgestürzt! Super! Oh, ich bin auch abgestürzt! Du hast Lack statt Lack gehabt, ich verstehe! Ja! Ich hab immer alles, nur nicht Lack! Ach, ich bin schon wieder innocent! Ob ich heute auch nochmal Traitor wäre? Ja, ja, ja! Komm, Lüge! Ja, 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 ja! Ja, komm, kill mich! Äh, im Serverraum! Ich hab keine Waffe, äh! Wer össchen mit dass ich zurückkomme! Hallo? Hi! B, gibst du weg?! Nee! Ich geh nicht weg! Bra, brah! Mach die! Nee! Zap, 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 zap! So weg! Blooos weg hier! Blooos weg hier! Alles da! Ja, 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 ja! Ahh! Ja, 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 ja! Ah, ja! Ahh! Lukas, 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 Lukas! Ich kann nicht im Ab days hier! Du! Wie! Wie! Zeru, Zeru, Zeru! Alter Jungs... Was war das? Ich hab das in mehrere gestorben... Was ist denn jetzt passiert? Hohe Luft! Was ist denn da noch? Ich, 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 ich. Oh, fucking hell, Alter. So, was geht jetzt hier ab? Das ist ein Smoke. Sicher? Ja. Disco werfe ich nur auf die andere Seite. Ja, werf mal. Hey! Hab ich. Moin, Bär. Bär-Drehschwung. Oi! Warte, das machen wir auch mal. Knapp! Das war aufregend. Das war aufregend. War meinen Augen zu knapp. Ich glaube, er ist es. Liegen sonst irgendwo noch welche? Nee, ne? Schade. Na, Sepp hat sich auf jeden Fall gekillt. Immer. Hat er geschehen da gefallen? Ja, ich hab, wir haben keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Es war immer mal Sepp tot. Der runtergefallen. Ich glaube, er hat sich Juppie selbst erledigt. Ich hab keine Ahnung. Hat sich ihn confirm? Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo er liegt. Wenn er noch eine tote Leiche sieht, das ist... Eine tote Leiche. Ah, ja. Hast du schon mal eine lebendige Leiche gesehen? Wow. Hab ich schon mal eine lebendige Leiche gesehen? Ähm, ja, mein Nachbarn. Oh, 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 oh. Wenn der das hört. Ja, in Magdeburg sehen alle so aus. Ja, richtig. In Magdeburg alle nach einer Schablone gezüchtet. Wenn ich mir so... Das wär's da, man. Ähm. Ähm. Äh, ich hab's immer geschoben. Au. Nein, ich bin nur von der Leiter hier. Fein, ich voll, ich voll Idiot. Hallo, Lukas. Hab nur Schaden gehört. Ich hab's gebackt. Ich habe Schaden bekommen, ja. Wir haben alle Schaden. Was war jetzt? Alles gut? Wen hast du kalt gemacht? Ich? Kein, aber hier ist Blut. Aber wahrscheinlich für Lukas. What the fuck? Oh Gott, das war schön. Das war auf jeden Fall kein Michael. Das ganze Haus war... Hilfe! Aber der wurde mir rüber gesetzt. Erdbeben! Moin, Lukas. Also ich bin gerade mit einem Stahlsäger gelaufen. Lukas, 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 Lukas. So wie der French-Bling-Klurk. Michael, 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 Michael. Michael. Alter, ich hab meine Snubber gerade in den Abgrund ge-eatet. Ich hab aus Versehen Q gedrückt. Ja, das ist immer sehr gut. Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Alter. Ja, moin. So, ich geh mal Waffen kaufen. Das geht? Na? Du musst Waffen kaufen. Ah, Waffen kaufen. Aha. Ja, ja. Wird Risiko. Ah, auf uns geht. Auf uns. Alter, ich hab einen geheimen Weg aufs Dach gefunden. Hä? Was ist hier eigentlich? Oh! Moin. Ist ja gerade einer gestorben. Das hört sich so an. Aber wer? Keine Ahnung. Sag mal, Tobi, wer steht denn bei dir als Missing in Action? Ah, keiner. Bei mir steht Terrorist. Weil keiner gefürmt ist, der es ist. Oh. Keine Ahnung, aber ein Confirm. Oh, Dreck, die Bienen! Ja, dann ist das doch safe Jan, Alter. Sonst nimmt doch keiner diese scheiß Bienen. Ja, dann bin ich es halt. Aber Sepp ist auch. Kann ja nicht auch wer anders die Bienen nehmen, ne? Ja, Sepp ist tot. Aber wer wird doch... Weg hier, da kommen die Bienen, hau ab da! Oder ist es Lukas vielleicht? Tobi, wollen wir das ausprobieren? Ich probiere hier erstmal gar nichts aus. Bär. Ich war nicht Bär. Könnte doch du sein. Du warst immer noch auf dem Dach. Habt ihr denn, wenn ich's Traitor wäre, hätt ich mir doch schon längst geheilt, oder nicht? Aber Michael ist doch gar nicht mehr auf dem Dach. Doch, der... Die Leiche liegt auf dem Dach. Ja, Michaels Leiche liegt auf dem Dach. Das wusstest du jetzt gerne, ne? Dann an Seite. Ich hab schon wieder die Waffe weggeschmissen. Alter! Also ich schieße es einfach auf jeden, den ich sehe. Habe mich gerade zu entschieben. Ja, mach, mach. Ja, ich sehe noch nicht so viel, insofern alles gut. Ja, wirst du die Traitor ein bisschen dranhalten? Also im Moment haben sie nur eine Minute Vorsprung. Wer lebt denn jetzt alles noch? Lukas, du lebst auf jeden Fall noch. Ja, ich lebe auch noch. Ich glaub, Lukas und Jan sind's. Kommst du auf diese Annahme? Also selbst tot. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich glaub, mich haben die Bieden. Die Bieden! Selbst tot, das wissen wir ja. Hab ich nicht minus drei Punkte. Oh, moin. Nein! Ja! Und so kommt das dumme Team Traitor. Das dümmste, was wir jemals hatten. Hey! Doch noch zu einem Sieg. Alter, da stehst du zu zweit nebendran und ballern mir einfach. Er dreht sich um 90 Draht, ballert mir einen Shotgun. Endlich mal zweistellige Punkte. Oh Gott. Gewonnen gerade. Michael. Ja, GG, aber... GG. So, Abmaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wenn's euch gefallen hat, eine positive Bewertung da lassen. Das war's mit der Folge DDT. Ja, ich bin kein YouTuber. Ich weiß nicht, wie das geht. Tschau. Tschüss. Sehr schön. Sehr schön. Einer.